Was ist die Spurger Garfa? Die Spurger Garfa ist der Treffpunkt der internationalen Gartenbranche. Und wenn sie dieses Jahr den Schwerpunkt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt, dann ist es ganz wichtig, diesen Treffpunkt zu nutzen, um alle Strömungen und Trends aufzunehmen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben. Was ist die Spurger Garfa? Wir haben mit den entsprechenden Zertifizierungen. Besonders hervorheben möchte ich unsere neue Grillholzkohle Nambuco, von der wir glauben, dass sie die ökologischste Grillholzkohle im Markt ist im Moment. Und natürlich unser Bio Terra Erdensortiment, das bis hin zur Verpackung aus Recyclingkunststoffen alles bietet, was man von einer nachhaltigen Blumenerde erwarten darf. Was ist die Spurger Garfa?